Ich bin Manuela Starkmann und ich heiße dich herzlich willkommen bei meinem Podcast und bei der Folge 300. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ich habe hier ein ganz besonderes Thema und natürlich eine Überraschung. Und Gott, wie kommt es überhaupt zu diesem Jubiläum? Hör es dir an in meinem Podcast Lebe Deine Klarheit. 300 Folgen. Und jetzt muss ich schon wieder überlegen. Seit 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, seit sechs Jahren gibt es diesen Podcast und der ist um die 195.000 mal abgerufen worden. Finde ich schon ziemlich cool. Aber ich spreche ja nur 300 Folgen. Du bist sozusagen schuld, dass er so oft abgerufen wird. Ich höre immer wieder der Podcast und meine Stimme ist Heilung, Heilung pur. Ja, aber kann ja nur wirken, wenn der Podcast gehört wird. Von dem her, du bist der Grund, warum da so eine hohe Zahl dran steht. Also in dem Fall die sechsstellige Abrufzahl. Ich freue mich, wenn du weiterhörst und wenn du diese und andere Folgen einfach auch an andere liebe Menschen weiterempfiehlst. Ich habe vor kurzem, ich habe ja auf meiner Seite unter Kontakt den Wertschätzungsbutton, eine Spende sozusagen bekommen mit dem Begriff Podcast Heilung. Und finde es total genial, dass er gehört wird und dass offensichtlich Heilung damit stattfindet. Wie wundervoll. Also worum geht es heute? Ich möchte ganz kurz über 300 Folgen sprechen. Wieso so viele? Podcast, hä? Und ich möchte über ein ganz wichtiges Thema sprechen, nämlich Beziehung. Und ich meine Beziehung, nicht Partnerschaft, Beziehung. Vor allen Dingen jetzt hier um die Problemzone Weihnachten oder die Problemzone Beziehung. Also ich meine, kann man beides sehen. Und ich mag dir ein paar Änderungen, Neuerungen noch am Ende von dieser Folge mit dazu sagen. So, Punkt 1. 300 Folgen. Lebe deine Klarheit. Darum geht es. Um Klarheit. Um Lebe deine Klarheit. Und demzufolge ist das Spektrum von meinem Podcast riesig, vielseitig. Halt alles, was mit Leben, Sterben, Tod und Trauer zu tun hat. Also was alles eine inkarnierte Seele hier betrifft. Und manchmal vielleicht auch noch sogar ein bisschen darüber hinaus im Sinne von, es ist wirklich ganzheitlich. Denn noch 300 Folgen. Manche sind ganz kurz, 10 Minuten. Ich glaube, die längste. Wenn die nicht sogar mal zu meinem Geburtstag war, wo Dirk mich interviewt hat. War dann, glaube ich, sogar mal irgendwie eineinhalb Stunden. Ich mache das halt so, wie ich Lust habe. Und wenn es fertig ist, ist es fertig. Das ist so wie im Guiding und Healing auch. Dann, wenn es rund ist, ist es fertig. Ich habe noch nie den Anspruch gehabt, es soll zum Beispiel ein besonders kurzer oder ein besonders langer Podcast sein. Es soll für dich ein schöner Podcast sein. Es soll ein Podcast sein, der dir hilft. Und ich möchte sogar mal sagen, nicht nur bezogen auf das Thema im Titel, sondern dass du einfach weißt, in dem Podcast ist immer noch mal Subtext dabei. Also der hilft dir in extrem viel anderen Situationen auch noch. Und ja, ich denke mal, ich werde mit dem Podcast weitermachen. Vielleicht irgendwann 500, 600 oder mehr Folgen haben. Schauen wir mal, wie die Welt sich dreht. Und was ich noch alles sagen kann. Ich mag ein Zitat von Sir Peter Ustinov. Ich sage eigentlich das Gleiche wie vor 25 Jahren. Nur heute hören mir die Menschen zu. Naja, 2024, um genau zu sein, April, 1. April 2024, bin ich tatsächlich 25 Jahre selbstständig. Ich warte ja noch drauf, dass die Menschen zuhören. Im Sinne von nicht nur sagen, oh schön, hilft mir, sondern eben auch weitergehen. Ich bin immer verwirrt. Einerseits ehrt es mich und andererseits verwirrt es mich, wenn die Menschen mir sagen, ja, ich höre deinen Podcast seit 3, 4, 5 Jahren. Aber ich wollte es dann noch mal alleine probieren. Nun ja. Du findest mich und meine Stimme auf jeden Fall weiterhin unter manuelastarkmann.com In naher Zukunft, wenn es denn mal wirklich wahr wird, wird sich auch die Homepage vom Text her noch ein bisschen ändern. Ich habe auch da einiges vor. Wir haben einiges vor. Aber das erzähle ich dann am Ende. Jetzt schauen wir mal zu dem Thema, warum du wahrscheinlich am ehesten eingeschalten hast. Nämlich, weil der Titel heißt, es geht hier heute um Beziehung. Und eben besonders um hier die friedliche Weihnachtszeit im Sinne von, was darf ich dir da an Empfehlungen, an Tipps geben, damit diese Zeit wirklich besinnlich wird. Und damit du, wenn es eine Beziehung ist, sie gegebenenfalls sogar in eine Partnerschaft wandeln kannst. Oder wenn du noch keine Beziehung hast, ich sage mal Gott sei Dank, dass du dann sozusagen als noch Single gleich in eine schöne Partnerschaft einsteigst und dieses ganze Gezerre gar nicht brauchst. Ich darf in dieser langen Zeit der Selbstständigkeit immer wieder Menschen helfen. Ich mache keine Paartherapie, weil bisher sind noch keine Paare zu mir gekommen. Sondern, werde dich jetzt nicht überraschen, die Frau. Weil gerade in der Partnerschaft irgendwas knirschig war. Und wenn ich dann mit einer Frau arbeite und sie bei ihrer Klarheit begleite, unterstütze, auch darüber wieder Heilung zu finden, passiert. Folgendes. Obwohl ich nur die Frau kenne. Und selbst da kann es sein, dass ich nur per Telefon mit ihr arbeite. Und es kann manchmal sogar nur Healing sein, nicht mal Guiding. Also will sagen, ich weiß nicht mal, wie derjenige aussieht. Und beim Healing, außer im kurzen Vor- und Nachgespräch, reden wir den Hauptteil der Zeit nicht, weil ja Healing stattfindet, ist es immer wieder faszinierend zu sehen, dass wenn die Frau wieder ihre Position einnimmt und vor allen Dingen das Komplizierte an sich mal weglässt, und wie der Frau wird, dann heilt nicht nur sie, sondern auch ihr Partner. Und sollten Kinder da sein, ich habe das schon so oft erlebt, geht es denen auf einmal auch besser. Sogar, ich erinnere mich an, in der Konstellation waren zwei pubertierende Jungs gerade dabei. Also, du kannst dir vorstellen, kann tricky sein und wow, wie genial, in der Zusammenarbeit kannst dann die Ehe retten, die Partnerschaft, aber auch die Familie. Also, ich hoffe wirklich, spätestens sozusagen ab 2. April 2024 ist es dann so, wie Sir Peter Ustinov auch sagte, bei sich, bei mir. Mir hören dann die Leute mehr zu und setzen das auch um, was ich ihnen empfehle. Nebenbei erwähnt, schreibe ich dir auch alles in die Beschreibung mit rein. Ich habe im November, nee, 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 nicht 2023, sondern 2017, übrigens schon zwei Podcasts, neben den anderen, die auch thematisch reinpassen, veröffentlicht. Nämlich Podcast Klarheit Nummer 14 heißt, so einfach macht man eine Frau glücklich. Und Podcast Klarheit Nummer 15, so leicht macht Frau einen Mann glücklich. Das geht ja in beide Richtungen, ist ja nicht nur die Aufgabe von einem, die Heilung in die Familie reinzubringen, sondern beide. Ich stelle dir den Link zum jeweiligen Podcast in die Beschreibung mit ein, musst du nicht extra suchen. Ah ja, weil ich es hier gerade lese, insgesamt und überhaupt, als auch jetzt als Geschenk für Weihnachten, zum Geburtstag oder ich würde mal eher sagen, dann, wenn es knirschig ist. Eins meiner Bücher heißt, ganz lustig und genau so ist es geschrieben. Und da gibt es zwölf Themen, wo die Frauen sich kringelig lachen und sagen, stimmt, genau so bin ich. Und die Männer sagen, so ist meine Frau und jetzt verstehe ich sie endlich. Das heißt, das Buch ist viel zu günstig, weil es einfach so viel Spaß und vor allen Dingen Heilung in Beziehungen reinbringt, damit aus Beziehungen Partnerschaften werden können. Mit zwei A. Also wirklich ein Paar da zusammen ist. So, und jetzt haben wir gegebenenfalls gerade genau die Situation, wo du sagst, jetzt habe ich mir schon einiges anhören müssen, jetzt will ich es aber auch mal genau wissen mit der Beziehung und Weihnachten und überhaupt, was soll ich denn jetzt machen, weil, oh Gott, oh Gott, ich ahne schon, es wird auch dieses Jahr wieder irgendwie furchtbar. Eigentlich wollen wir eine besinnliche Zeit, eigentlich wollen wir was Schönes machen, eigentlich wollen wir die Familien treffen und es ist jedes Mal irgendwie kompliziert. Nennen wir es einfach mal so. Ja, und das ist, glaube ich, bei allen so, egal was es ist. Ich glaube, man nimmt sich vor, während und nach Weihnachten immer vor, nächstes Jahr machen wir das total anders und nächstes Jahr ist es dann wieder genau so. Es lebe die Gewohnheit. So, und jetzt gucken wir mal auf zwei Sachen. Beziehung und Weihnachten. Was machen wir jetzt gerade zuerst? Ach, ich spann dich noch ein bisschen auf die Folge. Wir machen Weihnachten zuerst. Wir machen Weihnachten sogar als Stichwortgeber, aber lass uns mal genau draufschauen, dann wirst du merken, es ist nicht nur Weihnachten. Weil Weihnachten bedeutet ja, man hat eine Erwartungshaltung. An diesen Termin. Also können wir es auch erweitern. Auf Hochzeit, Hochzeitstag, Geburtstag, irgendeine spezielle Feier. In dem Moment, wo du eine Erwartung, eine Erwartungshaltung an die Situation dranhängst. Hallo? Fällt sie dir auf die Füße. Das ist doch völlig logisch. Also, die erste Lösung ist schon mal, hau mal deine Erwartungshaltung elegant auf den Hinterkopf und schieb sie auf Seite, wenn du schon in der Bewegung bist. Ey, Weihnachten ist Weihnachten. Ja, es gibt den 24. Dezember 2023 nur einmal und wenn es da in den Familien- oder Paarstreit ausbricht oder Beziehungsstreit, dann ist das blöd, weil das hat man dann immer so im Kopf. Ja, aber Liebelein, wenn du so rangehst, was soll denn dann anders rauskommen als Murks? Also, wieder zurück zur Ausgangslage, Erwartungshaltung. Du erwartest etwas und witzigerweise, ich glaube vor allen Dingen auch von der Situation, von deinem Gegenüber, ja und auch von dir. Also zum Beispiel, ich glaube, du möchtest es besonders schön machen. Egal, ob es jetzt Essen ist oder wer wen trifft, in welcher Reihenfolge, dass das auch alles so nausschlupft, damit eventuelle Fahrt- und Reisezeiten angenehm sind, damit jeder Geschenke bekommt, damit es mit dem Essen passt, bla 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 bla. Und damit zum Beispiel sich niemand unterbesucht, um es mal so zu nennen, fühlt. Da willst du alles unter einen Hut bringen. Und wenn wir mal genau drauf gucken, scheiterst du doch an dem Thema schon zwölf Monate im Jahr. Also auch die vorangegangenen elf und dann besonders im Dezember einen Monat und ganz besonders diesen einen beziehungsweise diese drei Weihnachtsfeiertage. Dann komm doch einfach mal in der Hinsicht zur inneren Ruhe, dass du sagst, stimmt. Also es gefällt mir nicht, weil sie hat Recht, aber sie hat Recht und demzufolge, wenn die Manuela Recht hat, könnte ich ja aus meiner eigenen Vergangenheit lernen. Und oder der der anderen, die eigentlich auch mehr als Gleiche erzählen. Man möchte eigentlich was Schönes machen und uneigentlich ist es nur Druck, Stress, Hektik und artet hin und wieder auch eben in Diskussionen bis Streitigkeiten aus. Oder auch so, dass vielleicht es vom letzten Jahr noch die Nachwirkung hat, ach, dann treffen wir uns gar nicht. Nebenbei erwähnt, super Idee. Super Idee ist Frieden, ist überhaupt nicht schlimm und verwerflich. Im Gegenteil, auch da, wenn mal die Erwartungshaltung von diesen Terminen weg wäre und wir uns einfach nur treffen und Spaß haben. Damit wird es den Männern schon mal richtig gut gehen, weil eigentlich möchten die nur Spaß haben und dass es ihrer Frau gut geht. Und jetzt mal wurscht, ob homo oder heterosexuell, in der Konstellation des Paares, dass es dem Gegenüber gut geht. Und die Frau, die meint, dass sie immer alles planen und organisieren muss. Und dann ist sie stinkig, weil der Mann nicht mitzieht. Weil es ihm wurscht ist. Der hat nicht so einen Perfektantreiber auf diesen Terminen drauf. Und auch nicht auf Weihnachten. Ich glaube, vom Mann könnte man eher lernen zu sagen, lass uns doch einfach einen schönen Tag haben. Und dann ist halt nicht perfekt geputzt. Dann haben wir halt nicht ein Siebengang-Menü, sondern dann schmeißen wir abends, keine Ahnung, Kartoffel ins Wasser und machen in meiner Welt jetzt einen veganen Quark dazu und noch Avocadomus. Und dann gibt es das, das macht keine Arbeit, schmeckt köstlich und ist super gesund. Und dann, dann gehen wir spazieren und machen was, worum es eigentlich ja bei Weihnachten oder anderen Feierlichkeiten mit Familie und Freunden geht. Zusammen sein. Ich glaube, das haben irre viele Menschen vergessen. Und in dieser rationalen, materiellen Welt geht es um, habe ich alles eingekauft, habe ich alles geplant, habe ich alles gemacht, habe ich alle Geschenke. Merkst du, das hat gar nichts mit Zusammensein zu tun. Das hat mit Aufgaben zu tun. Mit Sachen. Aber nicht mit Gefühlen. Also nimm dir das auch doch bitte mal zu Herzen und überleg, okay, Erwartungshaltung raus und Wechsel von Sache zu Gefühl. Ach, so leicht kann das sein. Ja, so leicht kann das sein. Und vielleicht sagst du, nee, nee, bei uns ist das genau andersrum. Ich bin ja total cool, aber mein Partner, egal ob jetzt Mann oder Frau, mein Partner ist der Anstrengende. Das sagt der Geisterfahrer wahrscheinlich auch. Also die anderen, die fahren ja alle, guck, da klingelt die geistige Welt sogar rein. Die anderen fahren ja hier echt irgendwie seltsam. Es geht doch nicht um Schuld und Schuldzuweisung. Nie und bitte doch nicht gerade am Fest der Liebe. Also was für ein Blödsinn, da so viel Murks dran zu hängen. Auch so viel Glaubenssätze, so viel Dämliches aus der Vergangenheit, so viel ungünstige Vererbung. Und so viel Gewohnheit und spannend ist, das ist nicht die tägliche dumme Gewohnheit, wo man sagt, ja, jetzt habe ich schon wieder einen ganzen Tag über sieben Kaffee getrunken mit Milch und Zucker und habe darüber eigentlich schon meinen Nahrungskalorienbedarf aufgebraucht und muss gar nichts mehr essen. Nee, das schafft unser Gehirn auch einmal im Jahr, an dieser dämlichen Gewohnheit so dran zu haften, dass er sie gar nicht mehr ausgeben will. Also Erwartungshaltung, da ist das Wort Halt drin. Also mach doch mal Halt, damit es dich nicht hält. Du bist nie alt genug und zu alt, genauso wenig, um nicht etwas elementar zu ändern. Das hat was mit Klarheit zu tun. Klarheit ist auch Selbstvertrauen, zu wissen, was will ich denn? Was will ich denn wirklich? Und mit der Übung, das Ego zurückzutreten lassen, dass zum Beispiel das Ego nicht sagt, ja, aber dann werden wir nächstes Jahr nicht mehr zu Weihnachten eingeladen. Und die Ratio kommt mit einer Liste und sagt, ja, aber wir haben das bisher immer so gemacht und das gab es zu essen. Und wenn die zwei mal die Schnauze halten, diese inneren leidvollen Ratgeber, die nur Unfrieden stiften, solange sie nicht von mir im Guidance wieder auf Normalgröße sozusagen diätet worden sind, ist es einfach nur nervig. Ich sehe keine glücklichen Gesichter vor Weihnachten. Ich sehe hektische Gesichter. Dann muss man noch da zur Weihnachtsfeier, dann muss man noch das erledigen. In Firmen meinen die dann alles, was sie elf Monate lang nicht abgeschlossen und verkauft haben. Das muss jetzt in diesem letzten Tag vom letzten Monat, vom letzten Quartal noch rein. Und dann kommen die Leute natürlich total auf mit dem Stress, was ja auch diese Weihnachtsfeiertage dann oft beinhaltet. Mit mir fährt jetzt dann zu der und der Familie, was ja fein ist, da geht es nicht drum. Aber man kommt ja schon mal Oberkante, Unterlippe aus dem Alltag raus. Ja, und dann hockst du eventuell im Auto oder hast das große Glück, bei der Deutschen Bahn nicht befördert zu werden oder was auch immer. Vielleicht hast du auch das Glück, dass da eine Familie irgendwo um dich rum wohnt und ihr müsst einfach nur ins nächste Haus gehen. Ist ja völlig wurscht. Man kommt ja schon mal nicht in einer gelassenen Stimmung rein. Gelassen würdest du es vielleicht schaffen, wenn du zu mir zum Healing kommst. Und am Anfang, solange du ungelassen bist, einmal in der Woche, wenn es akut ist, alle drei Tage. Und dann mindestens vier bis sechs, sieben Mal nur Healing, um wieder runterzukommen, in die eigene Mitte zu finden, das Immunsystem stärken, die Selbstheilungskräfte aktivieren und manchmal ein extrem wunderschönes Scheiß draufdenken. So, und dann wie ist der Umgang mit dem Partner? Also, wenn ich jetzt mal in mein Umfeld schaue und ich habe, unsere Freunde sind tolle Menschen, gute Frauen, gute Männer. Was sehe ich da? Oder bei meinen Kunden? Im Moment sind es nur Frauen, die bei mir sind. Ich habe im Moment keinen aktiven männlichen Kunden. Was erlebe ich da? Total viel Anspruch an sich, aber auf eine gewisse Weise auch an den Partner. Und dann eben an die Menschen, die hinter der jeweiligen Person stehen. Also sowohl hinter einem selbst, Familie, Kinder, Geschwister, Onkel, Tanten und so weiter, Freunde, als auch beim Partner. Also was tun? Pass mal auf, eins finde ich total wichtig, Familie. Und mir ist total wurscht, ob wir das gleiche Blut haben oder nicht. Es gibt Menschen, die sind für mich Familie. Die liebe ich aus tiefstem Herzen und ja, die habe ich gerne um mich. Und ja, es gibt so Termine wie Geburtstag, Hochzeitsfeiern, Weihnachten, wo, glaube ich, insgesamt die Menschen schauen, schaffe ich es, dass ich alle meine Lieben zur selben Zeit am selben Ort habe? Und nochmal, das ist was Wunderschönes. Und darum geht es, um nichts anderes. Es geht nicht um das Essen, es geht nicht um Geschenke. Es geht um Miteinander sein. Und wenn man einen ganzen Abend auf der Couch sitzt und vor sich ein Mensch ärgerlich ins Spiel hat oder andere und, du weißt, was ich meine, sich nicht mit einem Fernseher beschäftigt, sondern wirklich untereinander miteinander. Das ist das, worum es geht. Aber nicht nur an Weihnachten, sondern allgemein. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Punkt. Wenn doch bei sämtlichen Festen, wie auch beim Alltag, Mann nicht Mann ist und Frau nicht Frau ist, was passiert dann? Also, ich sehe es im Umfeld und ich sehe es bei meinen Kunden. Erwartungshaltungen sind da, weil man so angefasst ist, auch von der Zeit, Worte werden auf die Goldwaage gelegt, mit dem, dass ich auch der Meinung bin, dass es schon vorher kritisch gewesen sein muss. Also, wie gesagt, ich rede ja hier von einer Beziehung und nicht von einer Partnerschaft. Weil, wenn du safe bist mit dir und in deiner Partnerschaft, dann wirst du feststellen, dass du nicht viele Konflikte hast, nicht viele kommunikative Missverständnisse. Weil, ihr schafft es nahezu, nicht aneinander vorbeizureden. Geschmacki, ihr schafft es nahezu, nicht aneinander vorbeizureden. So wird ein Schuh draus. Und wenn ihr mal was habt, dann merkt ihr ja auch, boah, da ist viel mehr Ruhe als in vorherigen Beziehungen drin, wo man vielleicht aneinander vorbeiredet, aber ganz sicher erst mal einen fetzen Streit drankommt, bis man dann feststellt, ah, du hast es links drehen gemeint, ich habe es rechts drehen verstanden, oh blöd. Naja, aber wenn wir jetzt schon im Streiten sind, machen wir einfach mal gleich weiter. Wenn du zu Weihnachten alleine sein willst, dann verbringe Weihnachten alleine. Gilt übrigens auch für Silvester. Du bist nichts und niemanden Rechenschaft schuldig. Und die Qualität des gemeinsamen Zusammenseins ist an Weihnachten nicht qualitativ höher als an jedem anderen Tag. Also auch hier, nimm den Druck raus. Wenn du das Gefühl hast, boah, ich würde einfach gerne mal, wie Lojo sagt, einfach nur hier sitzen. Für mich alleine. Oder mit jemand ganz anderem. Gar nicht mit dem Partner oder der Familie, sondern mit einer guten Freundin, mit einem lieben Freund. Irgendwas Banales machen. Vielleicht sogar über Nacht wegfahren und sagen, wir machen jetzt hier mal eine Schneewanderung. Habe ich mir immer schon gewünscht. Jetzt mache ich das mal. Das ist doch viel wichtiger. Und nochmal. Wenn es eine Partnerschaft ist, wirst du damit keine Probleme haben. Weil dein Partner einfach nur möchte, dass du glücklich bist. Natürlich hätte der gerne, dass du bei ihm bist. Aber das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Und manchmal kann man sie nicht kombinieren. Wenn ich möchte, dass mein Mann glücklich ist und er würde zur Schneewanderung gehen. Und angeblich, das würde mich jetzt stören im Beispiel bleibend, sind es zwei unterschiedliche Sachen. Weil ich möchte deswegen trotzdem, dass er glücklich ist. Auch wenn ich vielleicht traurig wäre, dass er an Weihnachten zur Schneewanderung geht. Aber mein Ego würde zurücktreten und dann würden wir uns unterhalten. Was machen wir denn? Bleiben wir doch zusammen? Oder vielleicht sogar ganz eine rationale Alternative. Gibt es die Schneewanderung auch an einem anderen Termin? Aber wenn es eine Weihnachtsschneewanderung ist, wird die wahrscheinlich am 24. sein. Und wenn die halt, keine Ahnung, in Südtirol ist, da fährst du ja nicht drei Minuten hin. Hubschrauber haben wir noch keinen. Denn ich glaube, nee, ich weiß von mir, ich hätte null Problem, wenn mein Mann geht. Ja, vielleicht hätte ich ihn gerne da, neben dem, dass uns beiden Weihnachten wurscht ist. Ich habe ihn halt einfach immer gerne bei mir, weil ich liebe meinen Mann über alles. Aber wenn ihn die Schneewanderung in Tirol glücklich macht, dann soll er das machen. Wir haben andere Tage, wo wir uns irgendwas Schönes aussuchen können, was wir tun. Von zu Hause bleiben bis wegfahren. Kann ich dich erreichen, was ich damit meine, wie wertvoll und wichtig das ist? Und dass es zweierlei ist. Ein, ich möchte, dass du glücklich bist, aber ich möchte auch glücklich sein. Ich möchte jetzt nicht alleine sein. Könnte bei vielen so sein, dass sie sagen, na okay, dann musst du jetzt zu Hause bleiben. In dem Beispiel bleibend. Ich bin der Meinung, nö. Man sollte grundsätzlich jeden Tag in seinem Leben das machen, wonach einem der Sinn steht. Und ich rede jetzt von normalen, legalen Aspekten, wie eine Schneewanderung im Winter am 24.12. Und mit dem richtigen Partner wirst du auch keine Probleme haben, weil der kommt nicht auf die Idee, irgendwie dir da Druck zu machen, Schuld einzureden, schlechtes Gewissen oder dergleichen. Sondern natürlich darf der dann auch sagen, ich hätte dich aber lieber hier, ich habe mir jetzt was ganz anderes gedacht. Aber man muss ja da eine Entscheidung treffen. Und ich denke, dass das der Unterschied von einer Beziehung zu einer Partnerschaft ist. Also wo willst du es anheben zu? Zu Weihnachten solltest du mit deinem Gegenüber reden. Machen vor allen Dingen Frauen nicht. Gut, machen Männer aus anderen Gründen auch nicht. Aber weißt du, dein Partner, selbst wenn er jetzt wie ich sehr sensitiv ist, dem muss man manche Sachen sagen. Das sieht er nicht an der Laufschrift an deiner Stirn. Also nur weil du es denkst, heißt es nicht, dass es automatisch beim Partner ankommt. Also sag doch, was du möchtest. Und bitte gewöhn dir doch jetzt endlich mal an, auch zu sagen, was du nicht möchtest. Vielleicht möchtest du zum Beispiel keine Geschenkeschlacht. Das war so angenehm bei Tom und bei mir. Als wir uns kennengelernt haben vor vielen Jahren, haben wir uns über Weihnachten natürlich ausgetauscht. Wie siehst du das? Wie siehst du das? Und wir haben das große Glück, dass uns Weihnachten scheißegal ist. Und wir schenken uns das ganze Jahr was, wenn wir was sehen, was dem anderen eine Freude machen könnte. Und ich brauche kein Weihnachten, ich brauche aber auch kein Valentinstag oder ähnliches. Also mir bedeutet Geburtstag sehr viel, weil ich total dankbar bin, dass mein Mann geboren ist. Weil das bedeutet, ich habe die große Gnade, ihn kennenzulernen. Wieder mal. Und mit ihm zusammen zu sein, weil wir haben uns gefunden. Und wie praktisch, wir lieben uns beide zur selben Zeit. Da gibt es ja auch spannende Konstellationen. Das bedeutet mir was. Es ist für mich unfassbar schön, an Geburtstage zu denken. Weihnachten ist halt jetzt so ein Sammelgeburtstag, wo man auch Schönes verbringen kann. Aber dann muss man doch miteinander reden. Was möchtest denn du? Ich denke, der Unterschied ist maximal, wenn Kinder dabei sind. Ich finde es wunderschön, wenn man Kindern wirklich ein traditionelles Weihnachtsfest gestaltet. Aus meiner Sicht bitte aber ohne abgeschlagenen, toten Weihnachtsbaum. Das kann man auch anders lösen. Also entweder nimmt man Lebendigen auf dem Balkon, im Garten. Anyway, du weißt, was ich meine. Ich finde es unmöglich. Und dieser Brauch ist, ich glaube, keine 200 Jahre alt. Also dieses Ding hier, aber das machen wir schon immer so. Nee, der ist irgendwann von Klauen, äh, Klauen. Von, ja, Moment, der Kater will rein. Komm rein, mein Schatz. Entschuldigung, hab dich nicht gesehen. Ist praktischerweise von irgendwelchen Baummördern erfunden worden. Aber man muss halt irgendwie immer wieder was Neues gucken, wo man Kohle machen kann. Geld regiert die Welt. Also was, was wollt ihr? Klärt's, redet's miteinander. Wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ich hab Menschen ja eher in meinem Alter bei mir. Da sind die Kinder nicht mehr klein. Und trotzdem wird alles wie für immer gemacht. Wo ich sag, hallo, Update. Wenn die Kinder 20 rum sind, plus, minus. Dann redet doch mal. Die glauben wahrscheinlich jetzt nicht mehr ans Christkind. Und vielleicht sagt man trotzdem, das haben wir sehr lange gemacht bei meinen Eltern, weil ich mir das so gewünscht hab, dass immer noch das Christkind kommt. Also als wir noch Geschenke hatten, so mit um die 20, als ich zu Hause gewohnt hab, oder so lange, bis ich zu Hause gewohnt hab, so lange, wie ich zu Hause gewohnt hab, fand ich das total schön. Also ich würde dann, wie immer, mit den anderen reden. Aber vorrangig mit dem Partner. Und Frauen müssen nicht den ganzen Abend in der Küche stehen und alle bekochen und Plätzchen backen und alles muss perfekt sein. Auch da miteinander reden. Ich höre so oft von meinen Kundinnen, vor allen Dingen, wenn sie einen Fünfer oder einen Sechser vorhand dran haben, ich hab mein Leben lang alle anderen glücklich gemacht. Ich möchte jetzt auch mal dran sein. Ja, Herrgott. Dann mach's. Man muss ja nicht sagen, so Leute, jetzt trete ich hier in den Streik, sondern einfach, du, wie wollen wir es ab sofort machen? Und dieser Podcast kommt am 18. Dezember. Das heißt, du hast noch paar Tage Zeit, deine Meinung zu ändern oder überhaupt in Klarheit deine Meinung rauszufinden. Also mit allen bisher gehörten Impulsen merkst du, worum es wirklich geht. Bei dir sein. In Klarheit sein. In Klarheit fühlen, was du wirklich willst und das dann auch kommunizieren. Das Ego zurücknehmen und nicht sauer sein. Also demzufolge auch Erwartungshaltung draus. Aber auch schlechtes Gewissen und Schuldgefühle. Sowohl in dir, als auch die du, bewusst oder unbewusst, anderen Leuten reindrückst. Dein Partner ist nicht dazu da, an deiner Stirn anzusehen, was du möchtest, sondern sprich es aus. Und zwar in einem höflichen Ton. Und nicht nach dem Motto, ja, aber wenn wir das Thema beraten, dann kommen wir immer in Streit, dann kann ich auch gleichpampig sein. Ja, dann könnte es aber Überraschung wieder zu einem Streit kommen. Sondern versuch doch, man kommt nicht auf Null und fängt dann wieder von vorne an. Das ist totaler Bullshit, wenn einem das erzählt. Ja, wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Funktioniert nicht. Aber man kann doch aus seinen Fehlern so lernen, dass man sagt, okay, aber jetzt machen wir es besser. Wir lernen aus dem Vergangenen. Nicht wir lernen aus den Fehlern, sondern wir lernen aus dem Vergangenen. Und weißt du was, wenn es jetzt eine Beziehung ist, also zu zweit, unabhängig jetzt wie alt du bist, ob du jetzt gerade frisch verliebt und 17 bist, Gott, sind die Menschen mit 17 noch frisch verliebt oder sind sie das eher mit 11? Ich weiß es gar nicht. Oder älter, wenn du merkst, dass deine Beziehung ein echtes Schlachtfeld ist, wo man nur aneinander vorbeiredet, wo der Hauptteil, also der Hauptteil der Zeit, Missverständnisse bis Streitigkeiten ist. Wenn es weh tut, ist es keine Liebe. Du wirst das Ding nicht zu einer Partnerschaft bekommen. Also hör auf mit der Scheiße. Du hast doch keine extra Zeit in deiner Lebensvorratskammer. Und Weihnachten darfst du doch genießen. Ich habe ja nicht mit einer Silbe gesagt, dass Weihnachten nicht schön sein soll. Der Punkt ist nur Beziehung. Wer will was? Reden wir jetzt schon wieder aneinander vorbei? Sind wir jetzt alle total aufgearbeitet? Haben wir eigentlich alle was Schönes vor, aber es ist trotzdem irgendwie nervig und streitig? Oder gerade das, was man eben als, nennen wir es mal Beziehungspartner zu zweit hat, jetzt unabhängig, ob man verheiratet ist oder nicht, Familie hat oder nicht. Es geht doch nur darum, dass du deiner Lebenszeit mal wieder Qualität einhauchst. Und wenn die Beziehung eine Problemzone ist und eine Beziehung ist eine Problemzone, weil sonst würde sie Partnerschaft heißen, wie es mal eine Bekannte von mir sagte, ist das Kunst oder kann das weg? Dann kann es weg. Ja, und übrigens, man darf sich auch zu Weihnachten trennen oder zu Silvester oder zum Geburtstag, weil man einfach jeden Tag lebt. Nicht als wäre es der Letzte. Auch nicht als wäre es der Erste, sondern lebt. Lebe deine Klarheit. Lerne wieder der zu sein, der du wirklich bist. Ich helfe dir dabei, dass du dich erinnerst und dass du in Klarheit bist, dass du Heilung findest und darüber die beste Version deiner selbst bist. Und zwar nicht abgeschlossen jetzt Punkt fertig und den Rest meines Lebens sitze ich mal so ab, sondern dass du in einer wundervollen, leichten Weiterentwicklung bis an dein Lebensende bist. Aber endlich mal auf so einem Plateau, wo du mit dir selbst zufrieden bist, wo du angekommen bist. Das kann wiederum ich dir anbieten. So, und der letzte Part, ganz kurz gesagt, wir planen einiges 2024. Wir sind grundsätzlich an Webinaren dran. Ich habe letztens wieder mal eins gemacht über Sensitivität und das hat mir so viel Freude bereitet und die Teilnehmer waren so toll und haben auch wahrgenommen, wie wichtig es ist, für ihr Leben etwas über Sensitivität zu wissen. Ja, also da gibt es einiges, wo ich so drüber sinne. Sensitivität, Geistführer, Medialität. Ich habe neu, weil ich das zur Zeit immer wieder gefragt worden bin, einen Gutschein. Ich dachte immer, was ist das denn für ein Käse? Man kann ja jedes Produkt wie Healing oder Guiding einfach buchen, jetzt unabhängig von zu Weihnachten oder überhaupt und kann auch sagen, ich schenke die Session aber meiner besten Freundin, meiner Mama, meinem Kumpel, wem auch immer. Ich habe sogar den Newsletter-Abonnenten geschrieben, ihr könnt ja damit auch so ein bisschen Rabatt mit drin ist, zum Beispiel eine Vierer-Session bestellen und dann schreibt ihr mir einfach ins Kommentarfeld rein, welche vier Menschen dann Gutschein für bekommen sollen. Geht doch auch. Aber dann hat mir eine Herzensschwester gesagt, dass das vielleicht für manche zu viel ist, dass sie einfach so einen Anteil, du merkst, ich bin kein Gutschein-Mensch, bin ich auf die Idee überhaupt nicht gekommen, so einen Anteil stiften wollen. Und wie ich es höre, denke ich mir, ja, das ist ja das Einfachste von der Welt, das mache ich. So, und jetzt kann man bei mir Gutscheine kaufen. Man kann natürlich auch gleich ein Healing oder ein Guiding kaufen, aber man kann auch sagen, ich beteilige mich dran, ich möchte es demjenigen einfach machen, dass er dann eben sich selber aussucht, was er möchte und habe da einfach so meinen Beitrag, meinen Anteil zum Wertausgleich schon geleistet. Ey, es gibt so viele Lösungen. Und wenn es keine Lösungen gibt, gibt es tolle Alternativen. Ich bin der Erste, der das jedes Mal gerade im Guiding sagt. Ich bin auf die Idee nicht gekommen, ich bin für die total dankbar und jetzt wird es gelöst, damit die Menschen glücklich sind. Was macht noch glücklich? Also die Webinare, Healing Guiding sowieso. Jeden ersten Mittwoch im Monat ist der Spirit Talk, kostenlos für Newsletter-Abonnenten. Ich denke, die Bücher müsste ich mal wieder mehr nach vorne bringen, mindestens ja jetzt das Frauenbuch, das übrigens eben auch die Männer lesen können und auch die Videokurse. Also du bekommst bei mir so viel für deine Heilung und zwar auf allen Themen Leben, Sterben, Tod, Trauer, Diesseits, Jenseits. Ich kann dir wirklich helfen, dein Leben zu verändern. Und, ach, das habe ich noch vergessen, grundsätzlich erster Mittwoch im Monat Spirit Talk, dritter Montag im Monat Podcast. Einmal im Monat der Podcast. Ich habe jetzt zum 18.12. den, weil es sich so anbietet, der Erste, Erste ist ein Montag, mache ich da einfach noch einen rein. Das ist dann die Folge 301. Da, guck mal, da freut sich sogar gleich die geistige Welt. Und dann ist es eben der dritte Montag. Dann hast du da auch so ein bisschen Struktur und weißt, dass du dich darauf freuen kannst, dass wieder mal eine Sichtweise dir, wie ich so oft höre, aus dem Herzen, aus der Seele spricht. So, und jetzt? Hab einen geruhsamen Jahresabschluss. Mach ihn besinnlich. Mach ihn schön für dich. Hab ein wundervolles Weihnachtsfest an einem Tag oder an allen dreien. Freu dich über die Rauhnächte. Ich habe erst überlegt, da was zu machen, aber, naja, nee. Ich mache was für mich beziehungsweise für uns. Und wir planen lieber und machen Rauhnächte dieses Jahr für uns. Schau dir die Rauhnächte an, gerade auch so zum 30., dass du schon mal das Jahr auch irgendwie innerlich für dich schön beendest. Es gibt so tolle Rituale. Ich weiß gar nicht, ob ich in meiner Telegram-Gruppe da einfach auch wieder Impulse gebe. Also, wenn du mich gerne reden hörst, hörst du mich mehr in der Telegram-Gruppe reden mit Sprachnachrichten als hier im Podcast, weil das einfach so schön einfach ist. Auf Sprachnachricht, zack, sprechen, raus, fertig ist. Da kommt keine keltischen Töne rein, da muss ich keine Beschreibung machen. Das muss nicht irgendwie ins Internet gestellt werden. Einfach, schön, schnell, mein Ding. Und plan ein bisschen, planen. Hab ein bisschen Fokus aufs nächste Jahr. Lass die letzten Jahre vergehen und heile auch von ihnen. Gerade durch all die Sanktionen und Isolation aus der Käsezeit, dass das wirklich von dir abfällt. Und du auch sagst, okay, 2024, ein neues Jahr, neues Glück. Ich werde aus meinem Leben lernen und mir 2024 zu meinem bisher schönsten, leichtesten, lustigsten, erfolgreichsten, gesündesten, besten Jahr machen. Machst du dann 25 und so weiter auch, aber hey, jetzt geht es erst mal um 2024. Und jetzt geht es auch erst mal um 2023. Es sind noch einige Tage. Bitte gib ihnen Qualität mit allem, was ich hier und bisher gesagt habe. Und jetzt hat Schmusi Hunger. Das heißt, ne Schatz, geh mal essen. Du hast jetzt mal wieder alles, was du brauchst. Ja, ne, findest du auch, ne? Die Menschen bekommen immer alles, ne? Aber Wissen ist das eine und Machen ist das andere, ne? Machen tun sie es oft nicht, ne? Die hören sich einen Podcast an und dann war es das. Ja, Menschen. Schatz, ich weiß, Menschen. So, Mensch, lieber Mensch. Gute Zeit. Alles Liebe, deine Manuela Starkmann. Lebe deine Klarheit. Alles Liebe, deine Klarheit. Alles Liebe, deine Klarheit. Vielen Dank.